Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Action Kult und heute ist es mal wieder Zeit, dass der gute Nicolas Cage bei Action Kult seine Aufwartung macht. Ich habe mir da auch einen Film ausgesucht, einen Cage-Film. Dafür braucht man schon einen Experten auf dem Gebiet des Trash-Films. Denn wir sprechen heute über Left Behind, einen Film, den viele von euch vielleicht nie gesehen haben und vielleicht nach dieser Episode nie sehen wollt. Oder vielleicht wollt ihr ihn dann extra sehen. Aber um diesen Film würdet besprechen, habe ich mir den Steffen an Bord geholt, den Trash-Taucher. Hi, Steffen! Hallöchen! Danke für die Einladung und ich freue mich. Ich freue mich tierisch, denn wir sprechen heute über einen Film, wo ich in der Regel eher denken würde, der wird in das Beuteschema deines Podcasts passen. Ist dem auch so? Jein, also ich bin ehrlich, hättest du nicht den Vorschlag gemacht, er wäre bisher, ich glaube auf einer Liste hatte ich ihn noch nicht und ich hätte ihn wahrscheinlich auch in der Zukunft auf keine meiner Listen genommen. Spoiler! Hab ich gut gemacht also, dass ich dir kein Material wegnehme und mir was beschere, was wohl keine Sau interessieren wird. Perfektes Blind Date. Das ist absolut großartig. Hey, erzähl mal, du bist bekannt vom Podcast Trash-Taucher. Genau, das ist mein Baby seit, ja jetzt schon im dritten Jahr. Ja, jetzt aktuell ist er, ich bin ja offiziell entführt, also wenn ihr das ja draußen hört, bitte sucht mich. Ich sitze hier in einem Keller und die foltern mich mit Flachwitzen und wenn die Pferde filmen, ganz, ganz schlimmer Tortur. Aber jetzt haben sie mir eine Kamera und ein Mikro hingestellt und haben gesagt, ja, der Dominik ruft an. Ja, aber ansonsten bin ich ja eigentlich solo unterwegs, hab auch oft inzwischen Gäste bei mir, hab da auch querbeet durch die Filmpodcast-Landschaft Bekanntschaften. Jetzt wieder eine neue. Von daher, wenn ich irgendwann mal freikomme, Einladung steht, dass du mal vorbeigedüst kommst. Gerne. Ja, der Trash- und der Schundfilm, das sind meine Heimat. Der Trash- und der Schundfilm, aber das passt doch heute eigentlich perfekt ins Thema, muss ich sagen, oder nicht? Ja, aber es gibt die Unterscheidung zwischen Trash und Sachen, die du wegwirfst und die hoffentlich in der Verbrennungsanlage landen und in tausend kleine Partikel zerborsten werden und die niemand mehr sehen muss. Was ist einfach dein liebster Schundfilm? Oh, das ist immer so ... Dieser eine, du hast das Haus brennt, du hast die Katze bereits im Arm, der Hund ist auf dem Rücken, die Freundin oder dein Freund, alles ist irgendwie schon bereit, aber du kannst noch einen Film mitnehmen. Ich kann noch einen Film mitnehmen. Why? Jetzt legst du mir ja echt, äh, echte Pistole an die Schläfer. Jetzt ist natürlich die große Peinlichkeit, dass mir erstens immer keine Filme einfallen, wenn man mich sowas fragt, aber wenn ich mich entscheiden müsste, da ich einen Lieblings-Trash-Schauspieler habe, namentlich David Gale, würde ich wahrscheinlich nicht Re-Animator mitnehmen, sondern Syngenor. Einfach nur, weil David Gale darin absoluter Maniac-Abfuck-Dude mit einer Hasenmaske spielt. Der geht immer. Ich find's großartig, ich muss jetzt grad mal meine Liste hervornehmen, den Film draufpacken, denn ich kenn den Film nicht. Bin ganz ehrlich, kenn ich nicht, tut mir leid. Und meine Freunde sagen immer, ich schau den Trash, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ja gut, im Action gibt's ja auch nicht nur gute und schlechte Filme, es gibt ja auch so dazwischen und so Sachen, die man guckt, obwohl andere es nicht mögen und dann sagt, ey komm, der ist doch gar nicht so kacke und alle sagen, doch, der ist kacke und so, ach komm. Oder es ist ein Segalfilm und es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Der berühmte Schritt in die richtige Richtung. Ja, mit Segalfilmen, da haben du und Janus ja sowieso, ihr Irren, ihr habt da euch ja ordentlich was vorgenommen. Ja, und einer der romantischen Begegnungen aller Zeiten, als ich ihn gefragt hab, willst du mit mir alle Segalfilmen besprechen? Er sagt, ja Dominik, ich will. Und wir haben gerade am Samstag, haben wir den Patrioten aufgenommen und der Abstieg in die B-Hölle steht jetzt wirklich kurz bevor. Also es war schon ein erstes Eintauchen und was in ein paar Monaten hier passiert, das wird unsere Seelen testen. Unsere Gehirne werden schmelzen. Und ja. Da hilft nur göttlicher Beistand. Da hilft nur göttlicher Beistand in Form von Nicolas Cage. Und über den sprechen wir heute. Wir sprechen heute über Left Behind mit Nicolas Cage, nicht von Nicolas Cage. Hast du den schon gesehen, als ich dir geschrieben hab oder war es eine Erstsichtung für dich jetzt? Es war tatsächlich eine Entjungferung. Also es, ja, ich will jetzt nicht sagen, wie Maria zum Kind kam, aber du hast mich damit ja so ein bisschen überfallen. Und ich bin ehrlich, ich kenne ja, also ich behaupte nicht, alle Cage-Filme zu kennen. Ich bin da, glaube ich, mehr so der Otto-Normal-Gucker, immer mal wieder. Aber das ist tatsächlich eine aus der Phase, wo ich gedacht hab, ich glaub, den hab ich geskippt. Und wie du dann damit ankamst, hab ich dir, nee, noch nie gehört. Okay, in so einem Film ist der dabei? Okay, das klingt interessant. Und dann hattest du mich am Haken. Ich glaub, das ist genau das Spannende an Nicolas Cage's Karriere der letzten 15 Jahre. Da sind Projekte dabei. Alter Falter, das geht ja über Stuhl und Bank, wie man so schön sagt, oder? Und was man einem Cage wirklich gutheißen kann, der Mann versucht, aus jeder Rolle das Beste rauszuholen. Und das kann ich jetzt schon verraten, ich bin hier sein Verteidiger, wenn es sein muss. Cage hat hier gemacht, was er konnte. Ja, das ist tatsächlich in dieser Phase, in der er ja offensichtlich, wenn ich mich richtig erinnere, viel, viel Geld nicht hatte. Und deswegen sein Schloss in Bayern oder wo auch immer abbezahlen musste. Und dann kam ja sowas. Die meisten kennen ja dann nur so Sachen wie Tempelritter und Knowing. Das waren, glaub ich, so noch so die Mainstream-Spitzen. Next. Ja, genau. Aber Left Behind, ich hab den wirklich nie irgendwo auf irgendeiner Liste gesehen, wenn über Cage und seine, ich nenn's mal, Zwischenphase, also das Paycheck-Acting geredet wurde. Aber ja, er ist, aber das find ich ja gut, dass du für ihn Partei greifst und quasi den, ja, den Anwalt der Armen quasi gibst. Der Cage, weißt du, also, zwölf kannst du sagen, ich bin, der Film, ich hatte den nie auf dem Radar. Ich hab den vor anderthalb Jahren zum ersten Mal zufälligerweise gesehen. Ja, wie bin ich auf den Film gestossen? Wir haben in der Schweiz so eine App, die heisst Exila. Da kannst du Dinge, Gegenstände, Gegenpunkte tauschen. Und dann hab ich da mal eingegeben, hey, Nicolas Cage, was für Filme sind da drin? Und einer, der es ausgespuckt hat, war Left Behind. Und ich dachte, ja, so für fünf Punkte, das ist nicht mal ein Euro, kann ich ja mal machen. Und hab den bestellt und hab den aber auch ziemlich schnell geguckt und musste sagen, wow, ich bin begeistert, wie sehr mich dieses Werk doch irgendwie, oh Gott, berührt? Nee, nicht berührt hat, aber entstellt hat. Irgendwie, der Film hinterlässt irgendwas, wo du, das macht nicht was mit dir, aber er lässt dich nicht kalt zurück. Denn entweder musst du kotzen oder schreien oder hysterisch lachen. Aber der Film macht aus, er hat mich zu keiner Zeit gelangweilt. Und schon deswegen dachte ich, hey, das ist so ein abstraktes Werk. Ich muss das mal tiefer betrachten. Und dann kommst du um die Ecke. Ein abstraktes Werk, das finde ich eine interessante Erstbeschreibung. Oder? Guter Hook-up, oder? Aber jetzt hast du ja, der Punkt ist ja auch, das ist ja basierend auf einer Buchreihe, der Left Behind Buchreihe. Ja. Kennst du die denn? Nein, kenne ich nicht. Und als ich darüber recherchiert habe, bin ich tatsächlich erschrocken, wie groß dieses Left Behind Universe eigentlich ist. Ey, crazy, oder? Ist verrückt, oder? Ja. Also für die Leute da draußen, Left Behind ist eine Buchreihe, die hat in den USA, in den 90ern ist die gestartet, hat, glaube ich, zwölf Werke, umfasst das Teil. Und es ist geschrieben von einem evangelikalen Buchautor. Evangelikal heisst, ich nenne das erzkristlich. Christlicher geht es gar nicht. Ja. Und zwar in meiner Welt christlich auf eine Art und Weise, wie es nicht mehr schön ist. Ich sage es, wie es ist. Ja. Das ist übel. Ich finde das richtig übel. Und in diesem Werk, in diesen Büchern geht es eigentlich darum, dass die Entrückung passiert, der Rapture. Das ist der Moment, wo der liebe Gott sagt, so, die braven Schäflein, die, die sich quasi fußballerisch qualifiziert haben für die Europa League, die werden jetzt in die Europa League gezogen oder in den Himmel und der Trash, der bleibt hier. Der bleibt in der Kreisklasse B. Ja, die bleiben auf dem Bolzplatz. Und genau darum geht es in diesen Büchern. Es gab schon Anfang der 2000er drei Verfilmungen mit, und das fand ich auch so geil, dem unser lautes Heim-Star Kirk Cameron. Kennst du noch unser lautes Heim? Ja. 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 Ich habe mich tatsächlich erschrocken, als ich mal in seine Filmografie geschaut habe und gesehen habe, was der noch so gemacht hat und so. Da war das ja schon fast ein Ausreißer. Hey, Kirk Cameron. Das war ja für uns in den 90ern Sympathiefigur ohne Ende. Wie ist er? Mike Severs in der Serie? Ja. Der coole Sohn dieser Familie, bestehend aus Vater, Psychiater, Mutter, Journalistin, dann noch nerdige Schwester und junger Bruder und irgendwann Leo DiCaprio als Waisenkind. Das weiss ich noch. Und der Kirk Cameron, der hat ja schon während der Serie, man kann das nachlesen, seine ultragläubigen Gedanken immer wieder geäussert. Und naja, das hat darin geendet, dass er Left Behind zum ersten Mal hat verfilmen dürfen. Zumindest er hat mitgespielt in den ersten drei Verfilmungen. Das hier, dieser Nicolas Cage-Werk, ist ein Remake. So eine Art-Remake davon. Neu interpretiert. Ja, genau. So wie Star Trek von J.J. Abrams eigentlich. Ja, nur, nur, dass sie tatsächlich in der Neuinterpretation scheinbar den Bösewicht weggelassen haben, soweit ich gelesen habe. Den gab's noch in den... Und das, wer war das? Das war irgendwie der, wie haben sie den genannt, den Anführer von irgendeiner Antichristen-Organisation. Ach, siehst du gar nicht, der Satan. Nee, 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 nee. Das ist automatisch der Satan, der da mitspielt. Ja, der Antichrist, genau, genau. Sein Drecksbalk, was er auf die Erde geworfen hat und was hier jetzt Leuten richtig an die Schuhe pisst. Joa. Großartig. Und dann hat irgendwie noch nicht genug, man wollte dieses Werk mit Nicolas Cage verfilmen und wenn Leute fragen, warum hat sich Nicolas Cage für sowas hergegeben? Ganz einfach. Geld. Katsching. Ja, der Steffen würde es auch machen. Ja, natürlich. Und ich auch. Natürlich. Das Krasse ist aber auch eben, dass dieser Buchautor, dieser Tim Hay, das ist ja aber auch ein Verschwörungstheoretiker, glaubt an die Verschwörung der Illuminati auch. Und du kannst, wenn du nur schon diesen Film schaust, dann merkst du, es geht um eine elitäre Gruppe, die die Welt verlassen kann. Und das, ich finde das so krass, dieser Film Left Behind ist eigentlich die grösste Scheiße überhaupt. Das muss ich auch sagen, ist eigentlich die grösste Kacke. Ich bin hier völlig zwiegespalten. Zum einen, ich lache mich bei diesem Film kaputt, ich habe Spaß, wie selten. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, das ist eine, es ist absolute christliche Angstpropaganda. Wenn du es nicht schaffst, rechtzeitig den Glauben zu finden, bevor einer gewissen Zeit und irgendwann kommt die Entrückung, dann bist du im Arsch. Dann ist deine Seele verloren für immer. Und dieses Denken, dieser Film verkörpert dieses Denken in Perfektion und das finde ich schon richtig übel, aber richtig übel. Ja, das ist schon wirklich Hardcore in die Fresse, obwohl er eigentlich nicht so tut. Er tut ja so, ja, es ist so ein bisschen easy, wie so easy listening Fahrstuhlmusik, nur dass der Fahrstuhl, wenn du den falschen Knopf drückst, straight in die Hölle rast und du zerschellst. Und ja, viel Spaß da unten, kannst du ein ganzes Jahr grillen, aber am Strand hast du halt nicht die geile Aussicht wie wir. Und ich finde es auch so krass, ich habe erst gedacht, ach komm, das ist doch irgendeiner von den Zeugen Jehovas, die haben doch auch was mit diesen 155.000 oder was. Und dann habe ich dann gedacht, ja okay, es ist ähnlich, aber nochmal eine Spur krasser und wenn man dann nach, liebe Leute, wenn ihr wirklich jetzt in Versuchungen kommt, nachzurecherchieren, was in diesen Büchern steht, tut es nicht. Das ist der Höllenschlund für euren geistigen, für eure geistige Gesundheit. Da werden Fässer aufgemacht, die sollten vernietet und vernagelt irgendwo im Meer versenkt werden. Das ist wirklich brachial, brutal und aggressiv, was in den Büchern schon propagiert wird. Und hier so auf Weichspül, ach, wir machen mal so einen easy Film für Familien draus. Aber was dahinter schwelt, ist echt asozial. Also dieses Werk, das ist wirklich mal ein Werk, das verdient eigentlich FSK 18, FSK 21 fast schon. Das darf ein Kind mit simplem Gemüt, das einfach noch kindisch naiv ist, nicht sehen. Das tut nicht gut, das tut wirklich, da ist Full Metal Jacket viel eher für sechsjährige Kinder geeignet, als das hier. Ist der ab sechs in Deutschland und der Schweiz? Nee, Full Metal Jacket ist... Nee, Left Behind. Ah, Left Behind, ich glaube es ist ab zwölf, oder? Ich glaube auch. Ich bin nicht mehr sicher. Ich bin nicht mehr sicher. Aber es ist einfach die Vorstellung, dass das je ein Kind... Da bin ich jetzt wirklich mal so diese Glucke, die da... Und sagt, hey, das darf... Kinder dürfen das nicht sehen. Ja. Wirklich nicht. Menschen, die mentale Probleme haben, dürfen dieses Werk nicht sehen. Es ist böse. Es verbrennt deine Augen. Und dein Geist wird sagen, oh, ich muss mich qualifizieren für das Rennen um die Wolkenplätze. Was ich sehr, sehr geil finde, dass auch, ich gehe nochmal kurz zu diesen ersten drei Verfilmungen, die es dann von 2000er gab, da ist ein Regisseur drunter. Ich nehme an, du kennst den vielleicht auch. Greg R. Sagt dir da was? Das ist der Regisseur von Action Jackson, von Dolph Lundgrens Dark Angel und auch Sniper 2. Und der hat den dritten Teil dieser Left Behind Erstphase verfilmt. Und allein schon deswegen muss ich das sehen. Ach, wie krass. Das ist ja dann auch wieder eine Parallele, die sich zieht, weil der Regisseur, der Vic Armstrong, ich habe dann auch mal gelesen, was der so gemacht hat, der kommt ja auch aus dem Action-Segment. War zwar meistens Second Unit, aber was hat er da? Terminator 2, Last Action Hero. Gut, das ist jetzt nicht der Mega-Action-Vorzeigefilm, aber geballte Ladung, Starship Troopers. Da habe ich auch gedacht, okay, der war schon bei einigen großen Sachen dabei, Mission Impossible 3, was weiß ich, und da denkst du so, da muss das ja, könnte ja vielleicht der Action-Aspekt in dem Film stimmen. Vielleicht. Es könnte, aber es muss nicht zwingend. Und dann siehst du, was dieser Mann so gemacht hat, mehrere Bond-Filme sind drunter. Was ist denn da los, oder? Wie kommt es? Und auch hier kann ich wohl nur sagen, der Paycheck. Ja, ganz klar. Kann nichts anderes sein, einfach nur der Paycheck. Und ich verstehe den Aspekt völlig. Ich verstehe es. Nochmals, ich hätte es auch gemacht. Hollywood-Film, bisschen christlich, ja klar, mache ich doch. Und Nicolas Cage muss ja gar nicht viel machen, außer im Cockpit sitzen und das Flugzeug steuern. Also von ihm verstehe ich es völlig. Macht ganz klar Sinn. Ja, und sein Satellitentelefon nicht bedienen. Aber es ist ja noch nicht alles, du hast ja auch neben ihm ein paar, ich würde fast schon sagen, illustre Leute sitzen. Ich glaube, man kann Chad Michael Murray erwähnen, den man auch von One Tree Hill kennt oder von diversen, ziemlich schlechten Bruce Willis-Streifen der Neuzeit. Ja. Hast du fast neben dem zweiten zu sehen gefühlt? Ich glaube, die Hauptrolle hat diese Cassie Thompson, diese blonde Dame da, kannst du ganz ehrlich, also, ja. Ich konnte sie nicht einordnen, sie hat mich ein bisschen an die, ähm, an die blonde Superheldin aus The Boys erst erinnert, hat gesagt, ist die das? Aber dann Recherche sagt nein. Aber ihre Mutter, ihre Mutter habe ich wieder erkannt. Lea Thompson. Lea Thompson, hey, Lea Thompson, Back to the Future, Lea Thompson ist hier mit dabei. Also, nochmals, das sind tolle Namen, oder? Eigentlich ließ ich erst mal gar nicht so kacke. Willst du mir halt mal kurz sagen, um was es da konkret geht bei diesem Film? Ja, ich versuche es, äh, nicht biblisch im Ausmaße so. Wir haben es zu tun mit, äh, Ray Steele, einem, ähm, Piloten, der, ja, zeitlebens seine Familie immer hinten angestellt hat, hat seine Frau, seine Tochter vernachlässigt für den Job und vermeintliche Affären. Das heißt, er trug zwar den Ehering, aber eben nicht mehr, äh, am Herzen quasi und dann kommt es zu einer Konfrontation mit seiner Tochter, die ihn eigentlich eingeladen hat, äh, doch bitte zu der Mutter zurückzukommen, weil sie fürchtet, dass er sie verlassen will. Und er lässt sich nicht auf einen, steigt in seinen Flieger und dann passiert ein mysteriöses Ereignis, bei dem plötzlich, snap, äh, Menschen verschwinden, überall liegen wahllos Klamotten und persönliche Gegenstände herum und alle fragen sich, wo sind die Leute hin? Chaos bricht aus und Ray Steele muss nicht nur seine Ehe retten, die Beziehung zu seiner Tochter, sondern auch noch irgendwie 200 Leute, die mit ihm im selben Flugzeug sitzen. Hört sich gar nicht so schlecht an, ein Katastrophenfilm eigentlich, oder? Klingt erstmal so, aber Katastrophe ist was anderes an dem Film tatsächlich. Ich fand es schon geil, der Film fängt an an einem Flughafen und du hast ja da schon diese, du hast schon das Wort Fahrstuhlmusik gebraucht, äh, es beleidigt Fahrstuhlmusik, muss ich sagen, aber dieser, dieses Hintergrundgedudel, das du da hörst, bei diesen zwischenmenschlichen, ultrabraven Szenen. Szenen, wo so absolut nichts Schlimmes gesagt wird, wo einfach, das ist wirklich christliches Fernsehen. So stelle ich mir christliches Fernsehen vor. Mit ganz, ganz braven Sätzen, wo ganz, ganz klar ist, der Böse, die Bösen, die, die bösen Buben, die es auch im Flugzeug gibt, die werden dann so dargestellt, dass man es als Christ gerade erkennt und dann kann man gleich mal anfangen zu beten und, boah, ich habe, du musst noch wissen, dass ich christlich erzogen worden bin, ja, ich bin in eine Kirche, eine Freikirche hineingeboren worden. Entsprechend habe ich meine Ableigungen heute. Ah, I see, I see. You see my point. Und, ähm, ja, so habe ich nochmals einen ganz anderen Blick drauf gehabt und dachte einfach, das darf, das darf gar nicht wahr sein. Ich, ich hasse den Film. Ich hasse ihn über alles. Ich hasse dieses Werk. Es langweilt mich zu keiner Sekunde und deswegen hasse ich es noch mehr. Und, aber ich kann mich drüber kaputt lachen und deswegen hasse ich es vielleicht doch nicht mehr. Also ich bin da völlig zwiegespalten, was ich mit diesem Film machen soll. Soll ich ihn wegschmeißen oder schaue ich mir eine Woche nochmals an und trinke drei Bier? Ich weiß es nicht. Du kannst auch, wenn du es, wenn du es, äh, zur Bespaßung tatsächlich nutzt, man könnte, glaube ich, ein gutes Trinkspiel drauf machen. Jedes Mal, wenn im Film ein, ein Psalm oder ein Vers aus der Bibel entweder rezitiert wird oder irgendwo in Kürzeln, Spoiler auf einer Uhr oder wo auch immer, auftaucht, ähm, dann, äh, kipp und weg. Also, dann hätte man noch ein bisschen Spaß. Aber ich gebe dir da recht. Ich, ich sag auch nicht, dass der, also wir haben schon viele Paycheck-Sachen hier genannt, aber das Drehbuch an diesem Film ist das, was diesen Film so furchtbar macht, weil er auf der einen Seite so auf super brav macht. Und, äh, sie, sie streiten sich ja auch nie wirklich. Sie, also, wenn, wenn, wenn hier wirklich eine Tochter um ihren Vater kämpfen würde, deren, deren rumhurender Arsch ist, äh, und dann ist sie dann so, äh, so auf Kleinkinderniveau. So, ja, du kommst ja nie zu uns nach Hause. Ja, doch, aber ich war doch letzte Weihnachten. Nee, warst du überhaupt nicht. Da denk ich mir so, was ist denn das für eine Diskussion? Da kommt dann dieser, ähm, Investigativ-Journalist und ich mach grad Anführungszeichen, weil man sie wahrscheinlich nicht hört, äh, dazu. Und, äh, rutscht in dieses, dieses Gespräch rein, wo du denkst, what the fuck, was hat der da jetzt eigentlich zu suchen? Aber auch wieder auf so einer Billo-Seifen-Opa-0815-Love-Story-Dialog. Aber wirklich immer ganz brav, es gibt keine Anzüglichkeiten. Aber wenn's passt, kommt ein Psalm um die Ecke. Ja, aber wir lassen doch auch mal die, die hübsche Hauptdarstellerin, äh, mal sich schön tief bücken, damit sie etwas die Bubis zeigen kann. Kannst du mir sagen, was du bei gewissen Szenen hast, das absichtlich gemacht. Denn so sind die Typen nämlich. So kenn ich sie. Genau so kenn ich sie. Was aber auch noch passiert, du hast eine halbe Stunde wirklich mal, ich will sagen, gepflegt Langeweile. Ja. Wenn es passiert, 32 Minuten, ich hab's gezählt, relativ wenig. Es ist ein Setup, ein Flugzeug hebt ab und die, diese, wie hieß sie, Cassie hieß sie, die ist da auf der Erde und ich weiß schon gar nicht, was sie da konkret macht. Die macht irgendwas. Bis mit dem kleinen Bruder im Supermarkt. Und dann kommt dieses, dieses Beben, du weißt, ein Beben gefolgt von einem Blitz oder so, oder? Ja. Und sie hat dann, oder? Es war so eine, wie so ein schlechter Premiere-Übergang in einem Clip, wo du dann eine Weißblende einbaust und man macht Zoom. Und dann fühlst du dich wie bei Lost oder bei X, die Besucher oder so und auf einmal sind alle weg oder Krieg der Welten. Und da liegt da halt nur noch die Unterbuchs auf der Straße und alle sind schockiert. Leider sind ja auch die anderen Kleider noch da, nicht nur die Unterhosen. Sondern effektiv, da hat ja diese Cassie nur noch die Kleider ihres Bruders im Arm und es kommen von irgendwoher verdammt viele Kleider geflogen. Ja. Steffen, woher kommen diese Kleider geflogen? Ich hab das nicht verstanden. Also, meine Vermutung wäre, da hat's grad die, das Putz-Team, weil das Dach ist ja verglast, die haben grad da oben auf ihre Balestrade gehongen und haben schön die Fenster gewinert. Aber man macht's Putsch und dann, ja, dann leise regelt, leise segelt der Feinripp. Und es sind ja, es sind ja auch immer neue, also diese Klamotten sehen nicht gebraucht aus, sie sehen immer aus wie, wenn ich sie wirklich fein gebügelt aus dem Schrank nehme und jetzt dir so über einen halben Meter zuwerfe. So sehen die aus, wie in so einer billigen C&A-Sommerschlussverkaufwerbung. Was auch großartig ist, auf dem Flugzeug selbst drehen die Leute durch, was Sinn macht, wenn die Hälfte der Leute verschwindet durch den Blitz. Okay, ich hab ein bisschen panisch werden, er hat gesagt, Freundin weg, oh scheiße, was passiert hier. Was machen die Leute, sie gehen zum Piloten, denn der ist ja schuld, der kann sich ja alles lösen. Dann wollen die doch das Cockpit stürmen fast schon und sie fragen, hey, Pilot, Stihl, was ist hier los, was, was, ja, wir müssen das rausfinden. Da haben sich Menschen Luft aufgelöst, was zum Geier willst du da machen? Ja, also ich fand's ja erst mal geil, wie sie diesen wütenden Mob dann beruhigt haben, indem sie gesagt haben, ja, der Käpt'n, kommt gleich und dann hat er ja die sexy Stewardess-Affäre vorgeschickt und sagt, hier, regelt das mal für mich, ich bin Käpt'n, ich muss mein wichtiges Rädchen drehen. Aber ich fand viel witziger, dass, also vorher war Cage, hab ich noch gedacht, okay, er kriegt so eine dramatische, gescheiterte Familienvaterrolle, der halt zufällig Pilot ist und jetzt wird er halt zum Helden, aber er ist ja eigentlich noch, er wird dann noch zum Detektiv und das fand ich viel, viel schlimmer, weil er sucht dann Sachen zusammen und grübelt über Sachen, die kein, da ist kein roter Faden, da ist kein Zusammenhang. Er sagt dann nur, ja, bringen Sie mir mal das. Dann wirft er einen Blick auf den, äh, ich wollte schon sagen, Beifahrer sitzt, zu seinem Co-Piloten, der ja auch nicht mehr da ist und, und er kennt irgendwas, was ich nicht erkannt habe und plötzlich kommt ihm die Erleuchtung und er sagt, Gott war's, die alte Sau, der hat die weggebiebt hier. Und die Lösung, äh, die Erlösung, die Lösung war doch eben, dass seine Ex, die hat das schon gewusst, die Lea Thompson hat schon immer davon erzählt, oder, von dieser Entrückung, dass sie passieren wird und deswegen hat er Bescheid gewusst, oder, das war doch des Rätsels Lösung, oder? Ja, sie hat ihm, ja, das Leben lang quasi gepredigt und das ist ja auch hier so ein ganz großer Aspekt mit diesen Leuten, die, man will nicht sagen, Besserwisser, Katholik, äh, Christen waren, aber, die einfach immer gesagt haben, ja, wenn du nicht betest, das rächt sich irgendwann und die Mutter ist halt genau so eine und ich kann verstehen, warum er keinen Bock mehr auf sie hatte, bin ich ehrlich. Voll, voll, du bist nicht mehr die gleiche wie in Back to the Future, ich verlasse dich jetzt, ich brauche mir jetzt was Blonderes und was Jüngeres, ich habe keinen Bock mehr. Aber, äh, die Leute, die von der Entrückung verschont werden, nennen wir es mal so, die zurückgelassen, die Leftovers, der Trash quasi, ja, ähm, das sind ja auch illustre Gesellen, da hast du zum Beispiel einen Kleinwüchsen gedroht, darf ich das sagen, eine kleine Person? Ja, äh, Martin Klebber, den kennt man ja auch. Aus, aus den Pariten, äh, Pariten-Piraten-Filmen. Ja, genau. Die Pariten, Mann. Genau, oder bei Scrubs, da ist er, glaube ich, auch in ein paar Gastauftritten und haut irgendwelchen Leuten in die Eier, also. Stimmt, genau. Also, der ist zurück, der ist da, äh, zurückgeblieben. Also, er ist nicht zurückgeblieben, er ist. Er wurde zurückgelassen. Er wurde zurückgelassen. Ja. Oh Gott, heute ist nicht gut. Und dann hast du natürlich den obligaten Moslem, der da ist. Ja. Den musst du haben. Ja, immer. Und, äh, im Flugzeug, natürlich hast du noch Leute, die drogenabhängig sind, da war doch eine junge Dame an der Spritze, da hat es doch einen Stich am Arm gehabt. Drogen, Alkohol, also, jeder, der irgendwie des Lebens frönt oder kleinwüchsig ist, der ist halt im Arsch. Ne, es sind, ich hab tatsächlich mal drüber nachgedacht, ähm, das sind tatsächlich Abbildungen der Todsünden, könnte man da interpretieren, weil der, ähm, Martin Klebber, der ist, äh, äh, zornig. Der ist ja auf, der ist ja auf alles und jeden pisst. Dann hast du die, ähm, die Mutter mit der Tochter, äh, von dem, von dem Baseball- oder Basketballspieler, sie ist ja offensichtlich eifersüchtig und, äh, will ihre Tochter vor dem Vater retten. Ähm, und die, äh, die, ja, äh, ja, und noch so weiter. Also, du findest so diese Sündenbilder halt wirklich in diesen Passagieren wieder. Und da hab ich mir gedacht, ey, wirklich, du kannst da sitzen mit so einer Checklist und sagen, okay, Völlerei, Check, Vollos, Check. Also, es ist ja alles da versammelt. Und da ist schon mein Problem mit der, und es geht dann nicht mal um die Aussage des Films, wer macht die Qualifikation, wer schafft die Qualifikation, äh, für den Himmel und wer nicht. Ja. Das ist für mich ein Riesenproblem. Der klein, der klein, der klein, klein, verdammt, der kleinwüchsige Mensch, warum ist der vielleicht zornig? Da könnte ja der Ursprung sein, dass er ein Opfer der Umstände war. Ja. Und daraus hat sich ein Zorn entwickelt. Ist der jetzt da wirklich proaktiv ein böser Mensch, ein Sünder und verdient es, nicht in den Himmel zu kommen? Widerlich. Einfach nur widerlich. Der Moslem, der ist aufgewachsen im anderen Teil der Welt, hatte gar keine Chance, Christ zu werden. Kommt er jetzt nicht in den Himmel, weil er keine Chance hatte? Ja. Finde ich falsch. Sorry. Und die grösste Sünde des Films, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, was hat mir den Bogen gegeben? Du kennst mich noch nicht so gut, aber ich bin ein sehr, sehr tierlieber Mensch. Ich liebe Hunde. Oh. Und da hast du dann auch schönen Hund gesehen, der nach der Entrückung noch auf der Erde ist. Ja. Und ich sag's jetzt ist, ich gehe nicht in den Himmel, wo meine früheren Hunde nicht da sind. Da gehe ich nicht hin. Ja, das hat, das ist das Ende mit James Franco und so besser gemacht, weil selbes Thema und da kommen auch die Hunde in den Himmel. Ja, absolut richtig. Und da habe ich nämlich Freude gehabt. Hier war ich nur sauer und wusste, was für eine Arschloch-Aussage, die natürlich im Christentum auch so gelehrt wird. Ja, also ich finde das unfassbar schwierig. Jetzt haben wir all diese Grütze da. Oder? Diese ganze Botschaftsscheisse. Und jetzt ist es aber noch lustig, denn jetzt kommt auch noch ein bisschen Action dazu. Und in den Action-Szenen war ich doch ein paar Mal leicht überrascht, dass ein paar Szenen für mich sogar funktioniert haben. Ja. Wie war das bei dir? Es war einfach sehr verstörend, dass da plötzlich mal was explodiert oder sonst was. Wie kam die Action denn bei dir an? Hast du das gekauft? Ich habe tatsächlich erst mal nach der ersten halben Einschlafstunde, habe ich gedacht, okay, der düselt jetzt so melodramatisch vor sich hin. Aber ich habe dann, ich glaube, die Szene, wo ich gedacht habe, oha, das war dann diese Fast-Kollision mit dem anderen. Mit dem Flugzeug? Was auch so, es war super random, so nach dem Prinzip, ho, was kann denn jetzt noch Schlimmes passieren? Sagt die Stewardess wortwörtlich und in dem Moment macht es auf dem Radar bing, bing, bing und der Käpt'n so, oh mein Gott, was kommt da? Und funkt den an und kein Signal. Und siehst du aus der Ferne dieses schlecht animierte Flugzeug anrauschen. Und da habe ich dann gedacht, okay, in dem Moment war ich kurz dabei und habe gedacht, okay, jetzt wird es ein bisschen rasant. Jetzt ist mal kurz Gott und alles egal. Jetzt geht es darum, fuck, der Nicolas Cage muss das Ruder rumreißen und muss sein fucking Flugzeug retten. Ich fand die Szene tatsächlich, da kommt, finde ich, durch, dass der Regisseur eigentlich aus dem Action-Segment kommt. Weil die fand ich solide. Also, die war ganz spannend gemacht. Die Animationen sind crap, darüber brauchen wir nicht reden. Das Flugzeug sieht meistens ziemlich kacke aus, wenn sie von außen kommen. Aber ich mochte diese Szene tatsächlich. Die war mal ein bisschen was Auflockerndes. Ja, und du hast auch auf der Erde, unten sind ja Dinge passiert. Da rast irgendwann ein führerloses Auto in den Supermarkt rein oder irgend so was. Das war meistens relativ überrascht und hat irgendwie sogar recht frisch gewirkt. Du hast schon gemerkt, die suchen jetzt auf der Erde unten Action-Möglichkeiten. Wo können wir was machen? Dann ist dieser eine Überfall da, wo unsere Hissi-Kessi bedroht wird von einem Typen mit... Chloe. Chloe? Chloe, Entschuldigung. Wo die Chloe von einem Typen mit einer Shotgun bedroht wird plötzlich. Also, du hast immer so kleine Momente gehabt, wo du denkst, okay, ihr sucht zusammen, aber ich vergebe euch. Ich vergebe euch. Ihr gebt da wirklich euer Bestes, dass da ein gewisser Action-Anteil auch rumkommt. Und die Chloe macht hier eine unfassbare Wandlung mit auch. Ja. Also, die mausert sich ja zur fast schon Lara Croft, wie sie sich ja irgendwann aufs Motorrad schwingt, nachdem sie sich halt umbringen wollen, schwingt es aufs Motorrad und fährt es dann Richtung Flughafen. Ich weiß schon gar nicht mehr, was passiert dann schon wieder? Wie sie ihrem Vater helfen beim Landen oder irgend sowas, oder? Genau. Das Problem ist ja, ist auch wieder so ein typischer... Da habe ich gedacht, okay, das haben ganz viele andere Flugzeugfilme auch schon gemacht. Nick Cage kommt ja dann auf die Idee, okay, wir drehen um und dann gibt es Probleme mit dem Tank und dann ist natürlich keine Rollbahn mehr frei und er muss irgendwo parken. Lustigerweise wird bei Minute 5 schon eine gesperrte Straße irgendwo in der Innenstadt geteasert. Denkst du so, okay, die wird nochmal wichtig. Und Chloe, ich habe nachgezählt, benutzt, glaube ich, drei verschiedene Fahrzeuge, um dahin zu kommen. Sie fängt mit dem Motorrad an und zwischendrin läuft sie wieder ein Stück und kommt aber mit einem Jeep dort an. Denkst du so, hä, wo hat sie denn jetzt? Egal. Sie kann ja alles fahren, sogar Planierraupen und überall steckt zum Glück auch der Schlüssel. Überschön, aber sie hat wirklich, ich habe jetzt nicht nachvollziehen, das ist doch in Los Angeles, San Francisco, San Francisco war es, glaube ich. Ja, auf jeden Fall eine Riesenstadt und sie ist wirklich im Affenzahn da durchgerast, um ihrem Vater eben diese Landebahn dann herzurichten. Ähm, ja, mit ihrem, ja, Pilonenschubsen habe ich mir mal notiert dazu, fand ich sehr witzig. So, sie haben gedreht in Baton Rouge, haben sie gedreht in Louisiana, ich weiß nicht, ob die Stadt genannt wird, wo es spielen soll. Aber, ähm, ich fand es sehr spannend, dass immer auch das da war, was gerade gebraucht wird. Wie so ein schlecht animierten Adventure-Spiel von 1986. Ja. Äh, ich muss beim Vater die Landebahn erhellen, oh, da ist Benzin, oh, da ist was Explosives, oh, ich habe ein Auto, mit dem ich, du hast immer gerade alles zur Hand, was du brauchst. Ja. Das, das fand, da muss ich auch kurz schmunzeln, dass das so simpel sein kann. So ein bisschen Point-and-Click mäßig so, oh, ich benutze das, mit dem es brennt, oh, so schön. Und dann hast du, und ich glaube, bei diesen Flugzeugfilmen, wie auch einsame Entscheidungen, die ich erst mal mit Jan besprochen habe, da hast du am Schluss, du weißt immer, ein Flugzeug, das kommt nie einfach so runter, es kommt immer spektakulär runter. Flugzeuge sind nicht gebaut, um normal zu landen in solchen Filmen. Also, bist du mental schon damit beschäftigt, oh Gott, ich hoffe, wir überleben das, oder der arme Nicolas Cage, oh nein, die arme Tochter. Und, äh, und du denkst dann trotzdem irgendwie, ja, aber ihr seid ja nur der Trash. Denn die guten Menschen sind ja schon alle weg. Also ist ja eigentlich scheißegal, wenn ihr abstürzt. Richtig. Die Empathie wird eigentlich in dem Moment gekillt, wo sie, wo sie hier, äh, das Thanos-Crossover gemacht haben und einfach alle webblippen. Und, äh, dann ist es eigentlich egal, was mit den Leuten passiert, weil, ob es ist oben oder unten, Hölle ist Hölle. Äh, und gerade dann am Schluss denkst du dir dann, ja, die letzten anderthalb Stunden waren wirklich jetzt gerade für den Arsch, wo sie dann versuchen haben, irgendwelche Mutterfiguren aufzubauen, die verzweifelt sind und die sich noch selbst umbringen will. Und dann der Investigativ-Journalist sie dann beschwichtigen will. Und du denkst dir am Ende, die Leute sind dem Film von vornherein, sind der Geschichte schon egal gewesen. Im Film dann zum Ende hin auch. Warum soll ich mitfiebern? Äh, und das finde ich traurig, weil du fühlst dich danach schmutzig. Irgendwie denkst du, ja, dankeschön dafür, ihr Wichser, mit eurem Drehbuch. Und du weißt ganz genau, diese Figuren sind nicht dazu da. Ja, sagen wir es anders, die Schreiberlinge haben die Figuren nicht geschaffen, damit du dir um die Figuren Gedanken machen musst. Und das sind absolute Abziehbilder. Ja. Es geht nur um die teure Botschaft, das Wort Gottes, zumindest in Augen dieser Leute, die diese Geschichte mal entworfen haben, was nichts anderes ist als eine pure Panikmache für Leute, die dafür empfänglich sind. Ja. Und das ist ultimativ verwerflich. Das ist eigentlich nochmals ein höchst verwerfliches Werk, das vielleicht sogar verbrannt gehört. Oder gefeiert mit ganz viel Bier. Du kannst es ja auch nicht ernst nehmen. Als vernünftig denkender Mensch denkst du einfach, was haben die geraucht, dass die auf diese Idee gekommen sind? Das ist ja fantastisch. Es ist so easy und so cheesy und so fantastisch gleichzeitig. Ich bin irgendwie super neidisch. Diese Geschichte muss von mir kommen. Direkt umschreiben, patentieren lassen. Absolut, oder? Es gab eine Figur an Bord. Da habe ich kurz gedacht, oh, jetzt machen sie noch einen anderen Twist auf. Das war dieser Nerd, der angefangen hat, dann rumzureden von, ja, sie haben ein Hyperschwallflugzeug entwickelt, das innerhalb von sechs Minuten von New York nach Los Angeles fliegt. Und der dann später mit dieser Wurmloch-Theorie kommt. Und da habe ich noch gedacht, okay, komm, jetzt macht ein bisschen Science-Fiction. Das wäre ja ganz witzig noch gewesen. Aber der wird ja dann sofort als, oh, du bist ja auch dumm, abgestempelt. Genauso wie der Zuschauer. War das dieses Asiate? Ja, genau. Ja, klar, weil Asiaten, aufgewachsen, einen anderen Teil der Erde, Buddhismus vielleicht ausgesetzt, der kommt garantiert nicht in den Himmel. Ist ja ganz klar. Nee. Und dann als Wissenschaftler sowieso nicht. Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Böse, böse. Also das kannst du gleich streichen. Was mich mal interessiert, es ist unglaublich, wie intensiv ja diese Botschaft da drin ist, aber ich habe mal wirklich geguckt, so plakativ machen die es ja gar nicht. Und das, also du bekommst immer mal wieder so Psalme reingesetzt und ich finde es fast schlimmer, wie sie es hier gemacht haben, weil sie setzen voraus, dass der Zuschauer wahrscheinlich kein Christ ist oder Atheist oder und wahrscheinlich etwas unterbelichtet. Also die haben hier wirklich eine ganz simple Sprache gewählt. Sie haben nie, also Gott kommt ja hier gar nicht vor. Also er agiert jetzt nicht. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Blitze im falschen Moment kommen oder so, sondern es wird ja immer nur mal wieder so ein bisschen geteasert, aber es hat halt diese ganze unterschwellige Scheiße dann. Kam das dir deswegen auch so krass manipulativ vor? Ja, wenn die es nämlich mit der großen Mahntkeule gemacht hätten, du musst so und so, wäre etwas ganz anderes gewesen. Aber sie haben das dir durch die Geschichte sogar relativ smart ins Gehirn brennen können. Hey, wenn du nicht sofort dein kritisches Denken aufgibst, dann fährst du zur Hölle. Und das ist ja auch genau das Problem mit dem christlichen Glauben, den ich habe. Ich kenne viele Christen, die ich sehr schätze, die ich mag. Und ich habe oft das Gefühl, ihr habt von zu Hause in der Kinderstube, es wird euch in der Muttermilch mitgegeben, ihr müsst an das Zeug glauben, was in dieser Kirche erzählt wird. Und dann getraust du dich gar nicht mehr frei zu denken, denn wenn du dich dagegen stellst, dann stellst du dich quasi gegen deine Familie auch und gegen deine Freunde. Du bist in der Kirche aufgewachsen. Und das ist mein ganz großes Problem, auch mit dem Christentum selbst. Man lässt den Leuten den freien Willen so nicht. Du musst es akzeptieren. Wenn du Fragen stellst, dann da ist die Tür. Da ist die Hölle. Ciao. Du darfst keine Fragen. Du musst alles glauben, was wir dir sagen. Ja, das ist die harte Schiene. Ich habe auch Erfahrungen gemacht. Also ich habe lustigerweise, also ich war evangelisch getauft, war aber 15 Jahre lang in der katholischen Jugendarbeit tätig. Spoiler, als ich schon ausgetreten war. Und habe aber dort gerade so in diesen Jugendverbänden, habe ich auch wirklich viele positive Erfahrungen gemacht. Da sind eben Leute drin, die sagen, hey, die Amtskirche, die ist richtig kacke, die ist total boniert, die lassen dir keine Freiräume und da sind echt viele coole, auch kritische Stimmen zugelassen worden und auch gefördert worden, dass man sich darüber austauscht und darüber und wirklich nicht so diesen, so was die Baptisten in den USA oder was so in den Filmen ja immer vorleben, so dieses wirklich straight jeden Sonntag und in jeder Minute dankst du ihm oder was. Nö, das war da tatsächlich nicht. Da hatte ich vielleicht Glück, aber es ist natürlich so, hier wird von einer radikalen Schiene versucht zu propagieren und möglichst Leute zu erreichen, die noch so ein bisschen empfänglich dafür sind und sagen, jo, Nick Cage finde ich cool. Er ist ja dann auch so der Transmitter und das finde ich auch im Nachgang so ein bisschen schäbig für Nick Cage. Ich weiß ja nicht, wie er persönlich dazu steht. Weißt du da was? Nö, aber wie ich ihn kenne und wie ich ihn kenne, hört sich jetzt so an, aber ich liebe es, mir Interviews mit ihm anzuschauen. Ich habe es jetzt hier effektiv versäumt. Ich weiß, es ist ein Interview drauf, aber ich habe es effektiv völlig vergessen, das nochmal zu schauen. Bei jedem Film, egal wie scheiße der generell war, Nicolas Cage geht immer dahin, top vorbereitet, der sieht eine ganze Story für seinen Charakter, der kann dir erzählen. Yeah, you know, my, my, he has a race deal, a fantastic guy, he's, der hat alles im Kopf drin, der lebt das und der holt alles raus. Aber für ihn war das genauso sehr Identifikation wie für dich der heutige Arbeitstag. Der hat einfach gearbeitet, der hat sein Ding gemacht und hat sogar in einer Szene, fand ich ihn sogar richtig stark, als sie schon am Flugzeug am sinken waren und er hatte noch mit seiner Tochter telefoniert und du hast ihn gesehen, die Tränen in den Augen, die waren da. Der hat das so geil gemacht, diese Szene. Diese Szene steht einfach mal 50 Klassen über dem Film. Das ist das Problem, oder? Und deswegen für Nicolas Cage Komplettisten, ihr müsst euch Left Behind anschauen. Muss man? Kann man machen. Wenn einer wirklich seine Checklist voll haben will, guckt er sich Left Behind an, aber ich glaube auch nur einmal. Was man auch sagen kann, der Film schaut ja per se nicht so scheiße aus. Der hat ja auch ein gewisses Budget gehabt, wir reden von 16 Millionen. Ja. Hat weltweit 27 eingespielt immerhin. Hm? Also, ja, für so einen Scheißfilm ist das ganz okay. Kannst du mir raten, was für Leute das waren, die sich den angeschaut haben? Boah, ich glaube auf jeden Fall habe ich gelesen, dass die Macher eingefordert haben, dass der in irgendwelchen Kirchengemeinden gezeigt wird und irgendwelche Schulklassen da einen eingeladen und es gibt ja auch scheinbar christliche Reviewer in den USA und selbst die haben geschrieben, ey, was ist das hier denn für eine dogmatische Scheiße, die ihr uns hier auftischt? Da haben wir keinen Bock drauf. Das ist unterste Schublade, braucht keine Sau, wenn selbst die das schon sagen. Ey, also das heißt, das ist quasi die Rechtspolitiker des Glaubens, oder? Ja, so in die Richtung, so, wir wollen euch umschmeicheln. Ja, 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 genau. Oder? Das ist ultra radikales Zeug. Und ey, weißt du was? Es gab eine Fortsetzung. Ja, und leider mit einer anderen Hauptrolle, aber die Hauptrolle, ich finde, der Schauspieler passt dann wieder besser in diesen Kontext, weil er ein absoluter Vollspack einfach ist. Aber du kennst den sogar. Ja, Kevin Sorbo, natürlich. Nee, das ist nicht Hauptrolle, das ist nur der Regisseur. Ach, der Regisseur. Der macht leider nur, es ist ein Kevin Sorbo Film und da gehe ich völlig einig mit dir. Der hat sich ja in den letzten Jahren auf Twitter völlig selbst abgeschossen, da kann man nichts anderes sagen drüber. Aber effektiv, Kevin Sorbo hatte die Fortsetzung dieses Films gemacht, er kam dieses Jahr raus und ich sage es dir, ich will ihn sehen. Ja, allein nur wegen dem Zusatztitel The Rise of the Antichrist. Ja, das ist doch fantastisch, oder? Also, übrigens, auf einem DB hat dieser Film eine 3,1, dass ihr mal wisst, von was wir hier reden. Ich glaube, das ist der am tiefsten bewertete Film in meinem Action-Cult-Repertoire. Ich denke, Driven ist höher. Ich check das kurz ab, ist Driven höher. Driven Missed Alone ist auf einer 4,6. Siehst du, Meisterwerk. Und das ist ein 3,1. Ich ging es mal tief runter. Okay, das, ja, 3,1 ist für mich solides oberes Mittelfeld, also, das ist tatsächlich mal so ein Ausrutscher nach oben, aber ich, ich würde aber tatsächlich, ich würde ihnen eigentlich sogar eine Entwertung entziehen, weil ich finde, das ist nicht mal mehr Trash. Das ist nicht mal mehr wert, dass man ihn trash nennt. Das ist einer von diesen Filmen, du hast vorhin schon oft gesagt, verbrennt ihn, sperrt ihn weg, packt ihn auf den Index, der gehört weg. Man muss ihn verbannen. Und aber, da ist es wirklich mal, ich bin immer der Meinung, man muss immer alles sehen können, dürfen. Aber ganz speziell bei diesem Werk sollte man es eben nicht. Vor allem nicht Leute, die empfänglich sind für solche Botschaften und danach sagen, oh, das Ende ist nah, wir müssen, wir müssen glauben. Komm, nee, jetzt ist es fertig. Ja, das ist so ein Film gewordener Werbeflyer von dem Zeugen Jehovas, der jeden Morgen um 8 bei dir am Bahnhof steht mit seinem Sack Kärchen und der, der dich nie anredet, der immer nett dasteht, aber wenn du ihn mal fragst, weil du denkst, ach komm, unterhältst du dich mal mit ihm, dann ist es zu spät. Wir hatten ja in Basel die Leute von Dianetics, Scientology und die waren immer in Basel unterwegs früher und ich weiss noch, die sind in der Steinenvorstadt gestanden, das ist unsere Ausgehezone gewesen damals. Einfach so eine Strasse, wo du Cafés, Bars und Kinos hattest und da stand eben dieser eine Typ da mit seinem gefakten Lächeln, der kam auf dich zu und hat gefragt, bist du top fit? Und dann hast du gesagt, ja oder nein und je nachdem hat er dir gesagt, hey komm, wir machen kurz einen Test, kommst zu uns ins Gebäude, du musst kurz einen Test machen, bekommst noch einen Lutscher und fertig. Aha. Und ja, das war früher so, dann haben sie aggressiver versucht, Bücher zu verkaufen und es sind solche Leute, die diesen Film gemacht haben. Sorry, es ist für mich der gleiche Schlag Menschen, nur das Name Tag ist ein anderes. Das ist mein Problem. Ja, jedenfalls Steffen, ich will diese Besprechung nicht mal in die Länge ziehen, denn es gibt in diesem Film nicht mehr viel zu sagen, außer was wir gesagt haben. Es ist für Leute, die Spaß haben wollen, die Bock haben, dich mit ein paar Jungs zu betrinken, zu richtigen Partyfilmen, so falsch ist man mit dem Film nicht. Ganz ehrlich, ich könnte da, du hast schon gesagt, Trinkspiel ist möglich. Ich glaube sogar mehrere. Mindestens, also du kannst auf Psalme trinken, du kannst jedes Mal, wenn ein schlecht animiertes Flugzeug eingeblendet wird, trinken, jedes Mal, wenn Nick Cage irgendwie einen auf Detektiv macht, kannst du trinken, du kannst hackestramm aus dem Film rausgehen und kannst sagen, du hast Jesus gesehen, ich würde es dir glauben, weil du einfach zwei Liter Korn wahrscheinlich intus hast. Aber für alle anderen, die eine gesunde Leber haben wollen, guckt euch was anderes an. Ja, macht's nicht. Schaut euch einen Segalfilm an, denn das ist ganz sicher gesünder für euer Selbstbewusstsein und für eure Seele. Aber dieser Film, Steffen, ich bin trotzdem dankbar, denn dieser Film hat uns beide zusammengeführt. Ja. Oder? Und dann hat es sich doch wieder gelohnt. Eine göttliche Fügung. Und an euch da draußen, das war der Steffen, der Trashtaucher vom Trashtaucher-Podcast. Und ich werde ihn natürlich entsprechend in den Shownotes verlinken und hoffe, dass ihr ihm folgt. Und wenn ihr ihn nicht kennt, mal da reinhört, denn er hat fantastisches Zeug darunter. Der Jan war auch schon ein paar Mal bei ihm zu Gast. Es gibt da eine ziemlich längere Home Alone-Episode. Oh ja. Die letzte Weihnachten habt ihr gemacht, oder? Genau. Das Weihnachtsepisode, glaube ich. An Heiligabend haben wir uns alle Kevin-Allein-zu-Haus-Filme durchgenommen und alle heißt 1 bis 5. Batman und Robin ist auch ein Thema schon gewesen bei dir. Ja. Und ich habe noch diverse andere Sachen gehört, die ich schon vergessen habe, weil ich halt so viele Podcasts höre. Aber der Trashtaucher, immer ein Reinhören wert, also macht es. Und übrigens, liebe Leute, auch der Steffen, wir haben noch vor dem Podcast darüber gesprochen, vor der Aufnahme, der verdient gleich viel wie ich mit dem Podcast, nämlich 0,0 Euro oder Franken. Das heißt, die einzige Bewertung, die wir zwei haben, das sind eure Downloads und eure Likes. Also seid bitte nicht sparsam damit. Und verlinkt uns, sharet uns, empfiehlt uns weiter, bewertet uns mit 5 Sternen. Der Steffen würde sich riesig freuen. Sogar seine Entführer hätten Freude daran. Die würden ihn vielleicht sogar früher freilassen, keine Ahnung. Und könnte sein, oder? Könnten wir in die Verhandlungen mitnehmen, ja. Na, siehst du. Also, meine lieben Freunde, bis bald, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Podcast. Und Steffen, bis bald. Adiositas, ihr Lieben. Ciao. 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 Ciao.